Donjon hier aus Linz und in dem folgenden Video geht es um echtes und um falsches Interesse. Es ist ein wichtiges Thema, denn die meisten Männer gehen davon aus, nur weil die Frau sich mit einem unterhält oder weil sie sich Gegenfragen stellt oder weil sie die Nachricht auf WhatsApp gelesen hat oder weil sie zurückschreibt, hat sie automatisch schon Interesse. Und selbst wenn sich die Frau mit dir trifft, denken sie auch, okay, sie will das gleiche wie ich, sie ist sexuell an mir interessiert und es wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich mit dir im Bett landen. Und das ist aber nicht der Fall in den meisten Fällen. Es gibt, du musst erkennen, es gibt drei verschiedene Typen von Frauen, die nicht wirklich an dir sexuell interessiert sind, sondern eher auf einer sozialen Schiene oder die bewusst mit dir spielen. Und der erste Typ Frau ist der höfliche Typ. Das heißt die höfliche Frau, die einfach gut erzogen wurde und die aber dich nicht vor den Kopf stoßen kann, weil sie einfach zu nett ist, sie ist zu lieb. Sie würde dir nicht das Herz brechen wollen und sie unterhält sich mit dir und sie stellt dir vielleicht sogar Gegenfragen. Aber die ist nicht wirklich bei der Sache. Das ist so, wie wenn eine Frau mit dir über ihre Gucci-Taschen redet oder über ihre Lippenstifte oder über ihren Nagellack. Da hast du auch kein wirkliches Interesse. Du bist vielleicht mit ihr, unterhältst dich zwei, drei Sätze mit ihr und stellst vielleicht kurz eine Gegenfrage, aber auch nur aus Höflichkeit. Aber es ist nicht wirklich das, was dich interessiert. Und so auch die Frau, wenn eine Frau eben nicht sexuell an dir interessiert ist, aber dich einfach nicht abweisen möchte, dann redet sie mit dir und du denkst fälschlicherweise, dass sie auf dich steht. Und du merkst es, dass die Frau nicht hundertprozentig präsent ist. Das heißt, sie wird dir nicht immer in die Augen schauen. Sie wird meistens an dir zur Seite vorbeischauen, nach links, nach rechts oder sich anderen Dingen widmen oder an ihrem Handy spielen. Aber sie wird mit dir trotzdem ein bisschen quatschen. Aber da geht nicht mehr. Und das ist der erste Typ der Frau und den erkennst du daran, dass der nicht hundertprozentig bei der Sache ist. Der zweite Typ Frau sind die Labertaschen. Das sind diese Frauen, die einfach gerne sozial einfach viel kommunizieren. Die reden einfach um des Händenwillens. Das sind einfach die Frauen, die ihre Freundin anrufen und einfach zwei Stunden ohne Punkt und Komma mit der Frau reden. Und wenn du das mal auf zusammenfasst, was sie da eigentlich geredet haben, dann waren das vielleicht zwei Informationen, die man auch in zwei Minuten austauschen hätte können. Wir Männer, wir sind ja anders. Wir, wenn wir mit jemandem reden, ob wir jetzt jemanden anrufen oder was auch immer, wir sind immer fokussiert auf ein Ziel. Wir rufen jemanden an, weil wir jemanden treffen wollen. Wir rufen jemanden an, weil wir was wissen wollen, weil wir ein bestimmtes Problem haben, was wir lösen möchten. Und wir reden quasi, weil wir etwas, ein Ziel vor Augen haben. Und diese Frauen reden einfach nur um des Redenwillens. Und ich habe das selber schon erlebt, dass ich damals, als ich noch nicht so erfahren war in der ganzen Sache, dass ich einfach mich mit Frauen getroffen habe. Und ich dachte, oh, die hat übertriebenes Interesse, weil sie einfach mir viel mehr Aufmerksamkeit widmet, insofern, dass sie einfach viel mehr mit mir redet und Gegenfragen stellt. Aber das ist einfach nur eine sehr soziale Frau, die einfach gerne sich austauscht mit anderen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie deswegen gleich sexuell an dir interessiert ist. Und diesen Typ, Frau, findest du einfach, ob der wirklich dann mehr gehen könnte oder nicht, das findest du da heraus, indem du einfach frecher bist, indem du sexuelle Statements bringst und indem du sie anfasst. Und dann merkst du, kann sie auch mit dir auf der sexuellen Ebene flirten und kommunizieren oder versuchst sie es dann wegzudrücken. Wenn die Frau nämlich nur an dir sozial interessiert ist, wenn du den Move machst und versuchst, das auf eine sexuelle Ebene zu bringen, wird sie das schnell wieder wegzudrücken, versuchen, wieder auf der sozialen Schiene mit dir zu viben. Und wenn du das merkst, dann merkst du, okay, da geht nicht mehr. Wenn du jetzt aber merkst, du bringst irgendein freches sexuelles Statement oder du fährst sie an und sie geht damit d'accord und sie spielt mit, dann weißt du, okay, die Frau ist selbstbewusst und die Frau ist offensichtlich auch nicht nur an Reden mit dir interessiert, denn die kann auch auf der sexuellen Ebene, also an sexuellen Vibe mit dir bleiben, ohne das wieder wegdrücken zu wollen. Und der dritte Typ, Frau, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, das sind diese Attention Bitches, das sind genau die Frauen, die böswillig, die ganz genau wissen, was du von ihnen willst und die das ausnutzen, die spielen absichtlich mit dir, um sich selber aufzuwerten. Diese Frauen haben kein großes Selbstwertgefühl und die nutzen dich aus, deine Aufmerksamkeit, um die Bestätigung von dir zu bekommen, um sich besser zu fühlen. Und bei diesen Frauen wirst du auch einfach nicht landen können, das heißt, sie schreiben mit dir, aber treffen sich nicht mit dir, sie treffen sich mit dir, aber du darfst sie nicht anfassen und immer, wenn du irgendwie versuchst, auf einmal nicht mehr dir liebe, nette Junge zu sein oder auf der sozialen Schiene zu sein, sondern wenn du versuchst, bewusst etwas provokanter, etwas sexueller zu sein, dann kühlen sie immer ab und bestrafen dich damit. Und da darfst du dann nicht den Fehler machen, indem du denkst, okay, jetzt, ich muss einfach weiter auf der sozialen Schiene bleiben und weiter nett bleiben, dann irgendwann wird das schon klappen, denn das wird nie klappen. Also nur um das zu vergleichen, die Frau flirtet absichtlich mit dir, sie ist auf der sexuellen, sie gibt dir sexuelle, also sie flirtet mit dir, sie ist im sexuellen Vibe, aber wenn du versuchst, auf ihre Ebene zu kommen, wenn du versuchst, auch auf diesen sexuellen Vibe zu kommen, dann wird sie das bestrafen, indem sie wieder abkühlt und nun auch sozial ist. Und das ist eben das Katz-und-Maus-Spiel und das darfst du auf keinen Fall zulassen, denn du verwendest nur viel Zeit und machst dir Vergebenshoffnungen und deshalb schmeißt, sobald du eine Frau als Attention Bitch klassifiziert hast, schmeißt sie einfach aus deinem Leben raus, löscht ihre Nummer und melde dich nie wieder bei ihr, denn es hat einfach absolut keinen Sinn. Die Lösung des Ganzen ist also, dass du nicht davon ausgehst, dass die Frau schon weiß, dass du an ihr sexuell interessiert bist, dass du mit ihr schlafen möchtest, sondern dass du einfach sie das wissen lässt. Indem du sie das wissen lässt, dann weiß sie schon mal, was sie erwartet und das ist das Erste. Und das Nächste ist, du musst auf Tuchfühlung gehen, du musst bewusst sie berühren, du musst bewusst freche sexuelle Statements bringen und um herauszufinden, wie der Deal aussieht, ob sie auch das teilt, was du möchtest oder eben nicht. Also in erster Linie, lass sie wissen, geh nicht davon aus, dass sie schon weiß, dass du sexuell an ihr interessiert bist, nur weil sie mit dir redet, sondern lass es sie aktiv wissen, dass du da an ihr interessiert bist für mehr. Und im zweiten Schritt findest du heraus, ob sie das gleiche Interesse, ob sie auch sexuell an dir interessiert ist oder nicht. Schreib mir doch mal in die Kommentarfunktion, wie es aussieht, was hast du in letzter Zeit für Frauen getroffen? Waren das Attention Bitches, waren das die Labertaschen oder waren das die Höflichkeitsfrauen? Schreib es mir einfach unten in die Kommentarfunktion, mit welchem Typ Frau du es in letzter Zeit so zu tun gehabt hattest. Und wie immer, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.